Kommt mit mir mit, meine Brillen vom Vielmann abholen. Hier wollte ich erst meine Crocs anziehen, dann habe ich aber meine Nikes angezogen. Dann hat mich Arian abgeholt und wir sind in die Stadt gefahren. Hier angekommen zeige ich euch meine coole Kette. Das ist die Ems Galerie, da war ich lange nicht mehr, deswegen fand ich es cool. Und schon waren wir bei Vielmann. Dort mussten wir erstmal warten, das war ganz lustig, aber das wurde ganz schnell sehr langweilig. Ich mag das nicht, wenn Leute husten. Und das ist Brille 1 von 2. Ich fand sie sehr, sehr schön und habe sie auch direkt getragen. Ich finde sie sehr schön. Die ist echt gut, die steht hier richtig. Dann musste Arian noch zu Bank und ich habe so eine Geburtstagskarte geholt. Dann sind wir auch schon wieder zurückgefahren und hier zeige ich euch nochmal beide Brillen. Das ist die, die ich die ganze Zeit auf hatte und das hier ist die andere Brille. Die ist so ein bisschen anders, ist auch ganz cool. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.